Ist diese Frau ein Geist, eine psychisch Kranke oder ein Dämon, der dich heute Nacht jagen möchte? Das werden wir jetzt gleich herausfinden, denn wir schauen uns die gruseligsten YouTube-Shorts im gesamten Internet an. Deswegen lass ein Like da, damit die Frau heute Nacht nicht bei dir steht und ich wette, du schaffst das Video nicht bis zum Ende. Let's go! Okay, sie hat irgendwo, mitten in irgendwo einen Parkplatz. Oh, da hinten ist jemand. Oh nein. Oh, das ist die Tante. Gisela! Gisela! Oh nein, Gisela. Oh, Gisela, Mann, verdammt. Normal, Alter, wenn du mich küssen willst, dann sag's doch einfach und spring nicht so ins Bild. Und seit diesem Tag sind Maki und Gisela ein glückliches Pärchen und werden demnächst ihr sechstes Kind erwarten. Okay, irgendwas klopft oben auf den Dachboden. Ah, ich ahne nichts Gutes, Bro. Oh, nirgends. Oh mein Gott, Bro. Was war das denn, Dickie? Brother, ey, ich hasse es. Mann, Alter, ich hasse es. Wieso ist eigentlich alles, was dunkel ist, creepy? Wer hat festgelegt, hey, wenn's dunkel ist, dann ist es gruselig. Wenn die Sonne scheint, dann ist alles super. Wer hat auch festgelegt, dass im Keller alles gruselig ist? Und auf dem Dachboden. Und da sind die gruseligen Gespenster. Aber hier auf der normalen Etage dann nicht. Wer hat das festgelegt, Dicker? Du hast uns allen den Keller versaut. Und du hast uns allen den Dachboden versaut. Oh mein Dicker. Wieso, wieso kommen jetzt lauter Gesichter, die mich küssen? Wieso, verdammt nochmal, ich bin mit Gisela zusammen und ich hab's euch allen gesagt. Gisela und ich erwarten unser sexes Kind und verdammt nochmal Gisela. 3 Uhr nachts. Es klopft an der Tür. Äh. Warum sitzt du da jetzt ein Kind? Das Kind ist weg. Sehr gut. Ja, da noch mal Glück gehabt, Dicker. Ich dachte, ich muss mich jetzt um ein Kind kümmern, was nicht mir gehörte. Dicker, da hat es ja jetzt komplett gekracht, Alter. Auf einmal hast du einfach ein Kind in der Bude sitzen, Alter. Man muss sich darum kümmern, oder wie? Nee, 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 nicht mit mir. Hey. Sky. Gott, der ist Sky. Oh, Digga, da kommt der. Das ist okay. Kannst du bohnen. Nein? Nein, ich. Oh, mein Gott. Nein. Oh mein Gott, das ist weg. Oh, Gott egal. Da kommt der. Du schaffst mich. Ich schaffst mich. Ich schaffst mich. Ich schaffst mich. Okay, ja, also bei solchen Clips ist halt immer so das Ding, ich denke mal, das war halt ihre große Schwester oder ihre kleine Schwester, bla, kannst du ja super leicht faken, so liegt da vorne, krabbelt hoch, fertig, sah trotzdem super creepy aus, also ich hab echt ein bisschen kleines bisschen Schiss bekommen, ja, aber am Ende des Tages, der Clip, glaub ich jetzt eher nicht, dass das so ein gruseliger Dämon war oder so, ne, oder was würdet ihr sagen? Schreibt's mal in die Kommentare. Oh mein, okay, brother, das reicht's mir schon wieder, ich bin, nee, dicker, da hab ich keinen Bock mehr drauf, ich geh, auf sowas hab ich keinen Bock, Jumpscares, nee, ich bin raus, Digger, verdammt, aber ich setz mich jetzt bockig hier hin und ich bleib jetzt hier sitzen, bis ihr einen Handstand macht. Äh. Bro, okay. Okay, Digger, das ist doch 100% ausgeschnitten, so Papier oder so, Pappe oder so, safe, ne, Digger, also ganz kurz dachte ich da, wirklich, ich war kurz davor, mich zu erschrecken, aber da sahen wir den, schau mal den Eierkopf da oben an, seht ihr die Beule da oben, Digger, gerade und auf einmal eine Ecke, Digger, Maschallah, Bruder, Alter, warst du bei Friseur oder was, hat der dir seit den Fresh Friese wie lineal gerade Schnitt gemacht oder was, mit Kurve oben, Curvy Boy. Okay, er macht eine Rückwärtssalto. Bestimmt irgendwas im Hintergrund gleich, pass auf, im Weißen. Digger, ich hasse mein Leben, ich hasse alles, ich hab kein, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, Freunde, ich, 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 ne, ihr macht jetzt einen Handstand für mich, es ist mir egal, ich setze mich jetzt auf den Boden, ich setze mich auf den Boden und erst wenn ihr den Handstand macht, mach ich weiter, es ist mir so egal, ne, ich mach da nicht mehr mit, Bro, ich mach da nicht mehr mit, nein, ist vorbei, ey, ist vorbei, ey, ist vorbei. Und seit diesem Tag wartet Marki auf einen Handstand seiner Zuschauer, aber es sind 60 Jahre vergangen und noch niemand hat einen Handstand gemacht. Boah, Digger, ich hasse YouTube Shorts, die sind ja viel gruseliger als TikToks, oder? Oh, da kommt wieder ein Jumpscare, oder? Was ist da? Okay, Bro, boah, da kam irgendeine Gestalt um die Ecke gelaufen, Digger, Holy Macaroni, Digger, jetzt geht's aber los, was sind das für Videos, Digger? Oh mein Gott. Ja, also, ja, junge, nette Dame, würde ich sagen, oder? Also, könnt ihr ja mal, keine Ahnung, in die DMs leiten. I don't know, Bro, also ich, äh, nee, Digger, nee. Ah, entspannt. Ist ja gerade, ist ja gerade, Ben einfach mal selber um die Ecke gecruisen und hat gesagt, so, hey, verdammt mal, wer will schlafen? Ich bin weich und ready. This is the door that moves on the Tom, and that's the chair that moves on the Tom. Und, äh, I'm this. I have, there is absolutely nothing here, Digger, that's video is schlimm. I've not seen anything. It's 9.46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess, maybe that's what it is. Oh, ich hab so Angst vor dem Jumpscare. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what we're doing. Okay, so, äh, I'm the only one here right now, and the door just closed. Oh, ne, geht da nicht rein, Bro, geht da nicht rein. Oh, ne, Digger, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Bro, ich kann nicht. Okay, so, I'm here by myself. All these green lights. Bro, dann macht er, er macht Hollywood-Filme, auf einmal zeigt er jetzt, Digger, wieso hat er vier Überwachungskameras in seinem Wohnzimmer anscheinend? Bro, was, auf was für einem Next Level Trip ist er denn? Er denkt Insidious, er denkt Conjuring bei ihm zu Hause, jetzt gleich Hollywood-Produktion. Filmmacher kommen gleich, er muss alles überwachen. Digger, WTF, also wenn du so weit gehst, dass du einen Dämon in deinem Haus hast und du denkst, du hast einen, dass du dann vier Kameras jedes Zimmer aufbaust und alles überwachst und Digger, dann wird dich schon längst ausziehen, dann geht's ja noch gar nicht mehr durch, 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 Digger. Oh, nee, guck nicht hin, Digger. Safe Jumpscare. What in the world is that? Das ist ein Geist, Digger, ich hab, ich kann nie... Ich hab nie etwas wie das gesehen. Digger, ich kann das Video nicht anschauen. Ich denke, die ganze Zeit, jede Sekunde, da springt mir jetzt gleich ein Gesicht in die Fresse. Digger, ich kann das nicht angucken. Junge, was ist das? Junge, ich beiß mich durch, euch. In the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Nee. Nee. Ich will nicht mehr. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Okay, yeah. I'm gonna need to accept for this. I'm not gonna do this by myself. Okay, ja, wir haben es überlebt. Digger, das war der Jumpscare. Gott sei Dank, Alter. Ich dachte, da springt uns eine Fresse jetzt ins Gesicht. Ich war so ready, absolut durchzuziehen. Naja, ich hab mich eingekackt, windelweich. Freunde, das waren die gruseligsten YouTube-Shorts. Ja, wenn ihr noch einen Teil sehen wollt und mich nochmal quälen wollt, lasst einen Like da. Bei 1500 Likes machen wir nochmal einen Teil. Und ich will das nicht. Deswegen macht das bitte nicht, okay? Ansonsten lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns morgen wieder bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.